Reiseführer Saarland Von Norbert Rheinband Das Saarland ist eines der 16 Bundesländer Deutschlands und liegt im Südwesten des Landes. Es grenzt an Frankreich, Luxemburg und Rheinland-Pfalz und hat eine Fläche von etwa 2.570 Quadratkilometern. Das Saarland hat rund 990.000 Einwohner und ist damit das kleinste Flächenland und das zweitkleinste Einwohnerland Deutschlands. Die Landeshauptstadt ist Saarbrücken, die größte Stadt des Saarlandes mit etwa 180.000 Einwohnern. Das Saarland hat eine wechselvolle Geschichte, die von der Zugehörigkeit zu verschiedenen Staaten und Territorien geprägt ist. Das Gebiet des heutigen Saarlandes war ursprünglich Teil des Heiligen Römischen Reiches und später des Deutschen Bundes. Nach dem Deutsch-Französischen Krieg von 1870-71 wurde es Teil des Deutschen Reiches. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde das Saargebiet vom Völkerbund verwaltet und unter französischen Einfluss gestellt. Nach einer Volksabstimmung im Jahr 1935 wurde es wieder an Deutschland angeschlossen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Saarland erneut von Frankreich besetzt und erhielt einen Sonderstatus als autonomes Gebiet. Erst nach einer weiteren Volksabstimmung im Jahr 1957 wurde das Saarland endgültig ein Bundesland der Bundesrepublik Deutschland. Das Saarland ist bekannt für seine Industrie- und Bergbautradition, die vor allem auf den Abbau von Kohle und Eisen zurückgeht. Heute ist das Saarland ein moderner Wirtschaftsstandort mit Schwerpunkten in den Bereichen Automobilindustrie, Stahlindustrie, Maschinenbau, Informationstechnologie und Biotechnologie. Das Saarland ist auch ein attraktives Reiseziel mit einer vielfältigen Kultur- und Naturlandschaft. Zu den Sehenswürdigkeiten zählen unter anderem die Völklinger Hütte, ein UNESCO-Weltkulturerbe, das barocke Schloss Saarbrücken, die römische Villa Borg, der Bostalsee, der größte Freizeitsee Südwestdeutschlands und der Sahunsrücksteig, ein beliebter Wanderweg. Statistische Infos über Saarland Das Saarland ist ein Bundesland im Südwesten Deutschlands mit einer Fläche von 2.569 Quadratkilometer und einer Bevölkerung von etwa 990.000 Einwohnern. Es grenzt an Frankreich, Luxemburg und Rheinland-Pfalz und ist das kleinste Flächenland Deutschlands. Die Landeshauptstadt ist Saarbrücken, die größte Stadt des Saarlandes mit rund 180.000 Einwohnern. Das Saarland hat eine bewegte Geschichte, die von wechselnden Zugehörigkeiten zu verschiedenen Staaten geprägt ist. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde das Saargebiet vom Deutschen Reich abgetrennt und unter Völkerbundsverwaltung gestellt. 1935 entschied sich die Bevölkerung in einer Volksabstimmung für die Rückkehr zum Deutschen Reich. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Saarland erneut abgetrennt und zunächst unter französischer Militärverwaltung gestellt. 1957 wurde das Saarland ein eigenständiges Land der Bundesrepublik Deutschland. Das Saarland ist bekannt für seine Industrie- und Bergbautradition, die vor allem auf der Förderung von Kohle und Eisen basierte. Heute hat sich das Saarland zu einem modernen Wirtschaftsstandort mit Schwerpunkten in den Bereichen Automobilindustrie, Informationstechnologie, Biotechnologie und Umwelttechnik entwickelt. Das Saarland ist auch ein attraktives Reiseziel mit einer vielfältigen Kultur- und Naturlandschaft. Zu den Sehenswürdigkeiten zählen das Weltkulturerbe Völklinger Hütte, das barocke Schloss Saarbrücken, die römische Villa Borg und der Sahunsrücksteig. Die Landkreise von Saarland Das Saarland ist ein Bundesland im Südwesten Deutschlands, das an Frankreich, Luxemburg und Rheinland-Pfalz grenzt. Es hat eine Fläche von 2.569,67 Quadratkilometern und eine Einwohnerzahl von 992.666, Stand 31. Dezember 2022 Das Saarland besteht aus sechs Landkreisen, die jeweils eine Kreisstadt haben. Die Landeshauptstadt ist Saarbrücken, die auch der Sitz des Regionalverbandes Saarbrücken ist. Die sechs Landkreise des Saarlands sind Merzig-Wadern, der flächenmäßig größte Landkreis mit 556,66 Quadratkilometern und 104.425 Einwohnern. Die Kreisstadt ist Merzig, die an der Saar liegt. Der Landkreis grenzt an Luxemburg-Frankreich und den Landkreis Trier in Rheinland-Pfalz. Er umfasst zwei Städte und fünf Gemeinden und ist geprägt vom Saargau, einer hügeligen Landschaft zwischen Saar und Mosel. Neunkirchen, der kleinste Landkreis mit 249,80 Quadratkilometern und 132.283 Einwohnern. Die Kreisstadt ist Neunkirchen, die zweitgrößte Stadt des Saarlands nach Saarbrücken. Der Landkreis entstand 1974 aus dem ehemaligen Landkreis Ottweiler, dessen Sitz Ottweiler heute noch eine Stadt im Landkreis ist. Der Landkreis umfasst zwei Städte und fünf Gemeinden und hat nur eine kurze Grenze zu Rheinland-Pfalz. Er gehört zum Saar-nahe Bergland, einer Mittelgebirgsregion mit dem Fluss Blies. Regionalverband Saarbrücken Der bevölkerungsreichste Landkreis mit 330.848 Einwohnern auf 410,95 Quadratkilometern. Er entstand 1974 aus der Stadt Saarbrücken und dem ehemaligen Landkreis Saarbrücken und wurde 2008 zum Regionalverband umgewandelt. Er umfasst fünf Städte und fünf Gemeinden, darunter die Landeshauptstadt Saarbrücken, die größte Stadt des Saarlands mit rund 180.000 Einwohnern. Der Regionalverband grenzt an Frankreich und wird von der Saar durchflossen. Saar-Louis Der zweitbevölkerungsreichste Landkreis mit 195.749 Einwohnern auf 459,35 Quadratkilometern. Die Kreisstadt ist Saar-Louis, die an der Saar liegt und als Festungsstadt von Ludwig XIV. gegründet wurde. Der Landkreis wurde bereits 1816 als Teil der Rheinprovinz gegründet und 1974 um einige Gemeinden vergrößert. Er umfasst drei Städte und zehn Gemeinden und grenzt an Frankreich. Er gehört zum Saargau und zum Nital, einer Flusslandschaft mit der Prims. Saar-Pfalz-Kreis, der drittgrößte Landkreis mit 418,28 Quadratkilometern und 142.419 Einwohnern. Die Kreisstadt ist Homburg, die an der Blies liegt und für ihre Schlossberghöhlen bekannt ist. Der Landkreis entstand 1974 aus den ehemaligen Landkreisen St. Ingbert und Homburg und wurde 1989 zum Saar-Pfalz-Kreis umbenannt. Er umfasst vier Städte und drei Gemeinden und grenzt an Frankreich, den Landkreis Kaiserslautern in Rheinland-Pfalz und die kreisfreie Stadt Zweibrücken. Er gehört zum Bliesgau, einer Kulturlandschaft mit dem Biosphärenreservat Bliesgau. St. Wendel, der viertgrößte Landkreis mit 476,03 Quadratkilometern und 86.942 Einwohnern. Die Kreisstadt ist St. Wendel. Die Geschichte von Saarland Das Saarland ist ein Bundesland im Südwesten Deutschlands, das an Frankreich, Luxemburg und Rheinland-Pfalz grenzt. Es hat eine Fläche von 2.570 Quadratkilometern und eine Bevölkerung von etwa 990.000 Einwohnern. Die Hauptstadt und größte Stadt ist Saarbrücken. Das Saarland hat eine wechselvolle Geschichte, die von den kulturellen und politischen Einflüssen seiner Nachbarn geprägt ist. Die Region wurde schon in der Antike von den Kelten und den Römern besiedelt, die Spuren ihrer Zivilisation hinterließen. Im Mittelalter gehörte das Gebiet zu verschiedenen Herrschaften, wie dem Königreich Lottringen, dem Bistum Metz und dem Herzogtum Pfalz Zweibrücken. Im 19. Jahrhundert wurde das Saarland durch den Abbau seiner reichen Kohlevorkommen und die Industrialisierung wirtschaftlich bedeutend. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde es als Saargebiet unter ein Völkerbundsmandat Frankreichs gestellt, das die Kohleminen verwaltete. 1935 stimmte die Bevölkerung in einer Volksabstimmung für die Rückkehr zum Deutschen Reich unter den Nationalsozialisten. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Saarland als Saarprotektorat erneut von Frankreich besetzt und erhielt eine begrenzte Autonomie. 1955 lehnte die Bevölkerung in einer weiteren Volksabstimmung den vorgeschlagenen europäischen Status für das Saarland ab und entschied sich für die politische Wiedereingliederung in die Bundesrepublik Deutschland, die 1957 vollzogen wurde. Die wirtschaftliche Angleichung erfolgte erst 1959. Seitdem hat sich das Saarland als Teil Deutschlands und Europas entwickelt und seine grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit seinen Nachbarn in der Großregion Salorlux gefördert. Das Saarland ist stolz auf seine kulturelle Vielfalt und seine industrielle Tradition. Sehenswürdigkeiten in Saarland Das Saarland ist ein Bundesland im Südwesten Deutschlands, das für seine reiche Kultur und Geschichte bekannt ist. Das Saarland bietet viele Sehenswürdigkeiten für Besucher, die sowohl Natur als auch Architektur schätzen. Hier sind einige der beliebtesten Attraktionen im Saarland. Die Völklinger Hütte ist ein ehemaliges Eisenwerk, das zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Die Völklinger Hütte zeigt die industrielle Vergangenheit des Saarlandes und bietet spannende Ausstellungen und Führungen. Der Saarhunsrücksteig ist ein Wanderweg, der durch die malerischen Landschaften des Saarlandes und des benachbarten Rheinland-Pfalz führt. Der Saarhunsrücksteig bietet spektakuläre Ausblicke auf das Saartal, den Hochwald und die Mosel. Die Ludwigskirche in Saarbrücken ist eine barocke Kirche, die als eines der schönsten protestantischen Gotteshäuser in Deutschland gilt. Die Ludwigskirche beeindruckt mit ihrer prächtigen Fassade, ihrem kunstvollen Innenraum und ihrem berühmten Orgelwerk von Johann Andreas Silbermann. Das Weltkulturerbe römische Villa Borg ist eine rekonstruierte römische Villa aus dem 2. Jahrhundert N. CHR, die einen Einblick in das Leben und die Kultur der antiken Römer bietet. Die Villa Borg verfügt über einen Herrenhaus, einen Gutshof, ein Bad und einen Tempelbezirk. Der Bostalsee ist ein künstlicher See im Naturpark Saarhunsrück, der ein beliebtes Ziel für Wassersportler und Erholungssuchende ist. Der Bostalsee bietet Möglichkeiten zum Segeln, Surfen, Schwimmen, Angeln und Bootfahren sowie einen Freizeitpark und einen Campingplatz. Das Saarland ist ein vielfältiges und attraktives Reiseziel, das für jeden Geschmack etwas zu bieten hat. Ob man sich für Geschichte, Kunst, Natur oder Abenteuer interessiert, das Saarland hat es alles. Städte in Saarland Das Saarland ist ein kleines Bundesland im Südwesten Deutschlands, das an Frankreich und Luxemburg grenzt. Es hat eine Fläche von etwa 2.570 Quadratkilometern und eine Bevölkerung von knapp einer Million Einwohnern. Das Saarland ist in sechs Landkreise unterteilt, die jeweils eine Kreisstadt haben. Homburg, Merzig, Neunkirchen, Saarbrücken, Saarlouis und St. Wendel. Außerdem gibt es zwei Mittelstädte, St. Ingbert und Völklingen. Das Saarland hat insgesamt 17 Städte, die sich in ihrer Größe, Geschichte und Kultur unterscheiden. Die größte und bekannteste Stadt ist Saarbrücken, die Landeshauptstadt und Sitz des Regionalverbands Saarbrücken. Sie hat rund 180.000 Einwohner und ist ein wichtiges Zentrum für Wirtschaft, Bildung und Kultur im Saarland. Zu den Sehenswürdigkeiten gehören das barocke Schloss Saarbrücken, die Ludwigskirche und die Alte Brücke über die Saar. Die zweitgrößte Stadt ist Neunkirchen mit etwa 46.000 Einwohnern. Sie liegt im Landkreis Neunkirchen und ist ein bedeutender Industriestandort, vor allem für die Stahl- und Glasproduktion. Die Stadt hat eine lange Bergbau- und Hüttentradition, die im Industriekulturpark Neunkirchen erlebbar ist. Auch das Ellenfeldstadion, eines der ältesten Fußballstadien Deutschlands, ist ein Wahrzeichen der Stadt. Die drittgrößte Stadt ist Völklingen mit rund 39.000 Einwohnern. Sie gehört zum Regionalverband Saarbrücken und liegt an der Saar. Die Stadt ist vor allem für das Weltkulturerbe Völklinger Hütte bekannt, ein ehemaliges Eisenwerk aus dem 19. Jahrhundert, das heute ein Industriemuseum und ein Kulturzentrum ist. Weitere Attraktionen sind das Erlebnisbergwerk Welsen, das Schloss Völklingen und der Warntwald. Die viertgrößte Stadt ist Homburg mit etwa 42.000 Einwohnern. Sie ist die Kreisstadt des Saarpfalzkreises und liegt am Rande des Pfälzer Waldes. Die Stadt ist ein wichtiger Gesundheits- und Forschungsstandort, unter anderem durch das Universitätsklinikum des Saarlandes und das Fraunhofer Institut für Biomedizinische Technik. Zu den Sehenswürdigkeiten gehören die Schlossberghöhlen, die größten Bunzernsteinhöhlen Europas, das Römermuseum Schwarzenacker und die Karlsbergbrauerei. Die fünftgrößte Stadt ist St. Ingbert mit rund 35.000 Einwohnern. Sie liegt im Saarpfalzkreis und ist eine Mittelstadt mit einer langen Industriegeschichte. Die Stadt war ein Zentrum der Glas- und Eisenindustrie sowie der Kohleförderung im 19. Jahrhundert. Heute ist sie ein moderner Wirtschafts- und Technologiestandort mit vielen innovativen Unternehmen und Forschungseinrichtungen. Zu den Sehenswürdigkeiten gehören das Stadtmuseum St. Ingbert, die alte Schmelz und der Biosphärenreservat Bliesgau. Die sechstgrößte Stadt ist Saarlouis mit etwa 34.000 Einwohnern. Sie ist die Kreisstadt des Landkreises Saarlouis und liegt an der Saar. Die Stadt wurde im 17. Jahrhundert von Ludwig XIV. als Festungsstadt gegründet und hat eine reiche französische Vergangenheit. Die Stadt ist bekannt für ihre Altstadt mit vielen historischen Gebäuden, ihre lebendige Kulturszene und ihre kulinarischen Spezialitäten wie die Saarlouisa-Lioner-Wurst. Die restlichen Städte im Saarland sind Becksbach, Blieskastel, Dillingen-Sahr, Friedrichsthal, Lebach, Merzig, Ottweiler, Püttlingen, St. Wendel, Sulzbach-Sahr und Wadern. Sie haben jeweils zwischen 6.000 und 20.000 Einwohner und bieten ebenfalls viele interessante Sehenswürdigkeiten und kulturelle Angebote. Das Saarland ist somit ein vielfältiges und attraktives Bundesland mit vielen Städten, die einen Besuch wert sind. Mittelalter in Saarland Das Saarland ist eine Region mit einer reichen und vielfältigen Geschichte, die bis in die Antike zurückreicht. Besonders im Mittelalter war das Gebiet an der Saar Schauplatz von politischen und kulturellen Entwicklungen, die das heutige Bundesland prägten. In diesem Artikel werden einige Aspekte des mittelalterlichen Lebens im Saarland beleuchtet. Eines der wichtigsten Zeugnisse für die mittelalterliche Geschichte des Saarlandes sind die zahlreichen Burgen und Schlösser, die noch heute das Landschaftsbild bereichern. Sie dienten als Wohnsitze, Verwaltungszentren oder Befestigungsanlagen für die verschiedenen Herrscher- und Adelsfamilien, die im Laufe der Jahrhunderte über das Gebiet an der Saar herrschten. Zu den bekanntesten und bedeutendsten Burgen und Schlössern im Saarland gehören Schloss Berg bei Nennig, das Blieskasteler Schloss, Burg Dagstuhl, Schloss Dillingen, Festung Hohenburg, Meerburg, Schloss Neunkirchen, Burg Nohfelden, Schloss Saarbrücken und Teufelsburg. Das Saarland war im Mittelalter Teil des Heiligen Römischen Reiches und unterstand verschiedenen Territorialherren, die oft miteinander konkurrierten oder kooperierten. Die wichtigsten waren das Erzstift und Kurfürstentum Trier, das Herzogtum Lottringen, das wittelsbachische Herzogtum Pfalz-Zweibrücken sowie die Grafschaft Saarbrücken. Diese Herrschaften prägten nicht nur die politische und rechtliche Ordnung des Saarlandes, sondern auch seine kulturelle und religiöse Identität. So war das Saarland im Mittelalter vorwiegend katholisch geprägt, aber auch von reformatorischen Bewegungen beeinflusst. Die Kirche spielte eine wichtige Rolle im gesellschaftlichen Leben und förderte Kunst, Bildung und Wohltätigkeit. Zahlreiche Klöster, Kirchen und Kapellen zeugen noch heute von der religiösen Vielfalt des Saarlandes im Mittelalter. Das Saarland war im Mittelalter auch eine Region mit einer blühenden Wirtschaft und einem regen Handel. Die reichen Bodenschätze wie Steinkohle und Erze sowie der Waldreichtum bildeten die Grundlage für eine florierende Industrie, die vor allem Eisen- und Stahlprodukte herstellte. Diese wurden über die Saar oder über Landwege in andere Regionen transportiert oder auf Märkten gehandelt. Das Saarland war auch Teil der Hanse, einem Handelsbund von Städten im Norden Europas, der vom 12. bis zum 17. Jahrhundert bestand. Die saarländischen Hansestädte waren vor allem Merzig, Mettlach und Saarbrücken. Der Handel brachte nicht nur Wohlstand, sondern auch kulturellen Austausch und Innovation ins Saarland. Das mittelalterliche Leben im Saarland war jedoch nicht nur von Frieden und Fortschritt geprägt, sondern auch von Konflikten und Krisen. Das Gebiet an der Saar war oft Schauplatz von Kriegen oder Fäden zwischen den verschiedenen Herrschaften oder zwischen dem Reich und Frankreich. Diese führten zu Zerstörungen, Plünderungen oder Bevölkerungsverlusten. Das Saarland litt auch unter Naturkatastrophen wie Überschwemmungen oder Seuchen wie der Pest. Das Leben im Mittelalter war daher oft hart und unsicher für die Menschen im Saarland. Das Mittelalter war eine spannende und ereignisreiche Epoche in der Geschichte des Saarlandes. Es hat das Land nachhaltig geprägt und viele Spuren hinterlassen, die noch heute zu entdecken sind. Das Saarland ist daher ein lohnendes Ziel für alle, die sich für die mittelalterliche Kultur und Geschichte interessieren. Regionen in Saarland Das Saarland ist ein Bundesland im Südwesten Deutschlands, das an Rheinland-Pfalz, Frankreich und Luxemburg grenzt. Das Saarland hat eine Fläche von 2.569,69 Quadratkilometern und knapp eine Million Einwohner. Die Landeshauptstadt und größte Stadt ist Saarbrücken. Das Saarland ist in sechs Landkreise und einen Regionalverband gegliedert, die jeweils mehrere Städte und Gemeinden umfassen. Die Landkreise sind Merzig-Wadern, Neunkirchen, Saarlouis, Saarpfalzkreis, St. Wendel und der Regionalverband Saarbrücken. Der Regionalverband entstand 2008 aus dem ehemaligen Stadtverband Saarbrücken, der 1974 aus der Stadt Saarbrücken und dem Landkreis Saarbrücken gebildet wurde. Das Saarland ist geprägt von verschiedenen Naturlandschaften, die teilweise zu europäischen Großregionen gehören. Dazu zählen Der Bliesgau im Südosten des Saarlands, der zum Biosphärenreservat Bliesgau erklärt wurde und zum Naturpark Pfälzerwald Nordwogesen gehört. Der Bliesgau ist eine sanft hügelige Landschaft mit Streuobstwiesen, Wäldern und Flussauen. Die Blies ist ein Nebenfluss der Saar. Das Köllertal im Osten des Saarlands, das zum Naturpark Saar-Hunsrück gehört. Das Köllertal ist eine fruchtbare Ebene zwischen den Höhenzügen des Hunsrücks und des Pfälzerwalds. Das Köllertal ist bekannt für seinen Obst- und Gemüseanbau, sowie für seine Keramiktradition. Das Ostertal im Norden des Saarlands, das ebenfalls zum Naturpark Saar-Hunsrück gehört. Das Ostertal ist ein langgestrecktes Tal zwischen den Bergen des Hunsrücks und des Schwarzwälder Hochwalds. Das Ostertal ist geprägt von Wiesen, Feldern und Wäldern sowie von zahlreichen Burgen und Schlössern. Der Saargau im Westen des Saarlands, der zum Naturpark Lottringen gehört. Der Saargau ist eine Hochebene zwischen der Saar und der Mosel, die bis zu 400 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Der Saargau ist bekannt für seine Kalksteinfelsen, seine Orchideenwiesen und seine Weinberge. Der Saargau im Süden des Saarlands, der zum Naturpark Lottringen gehört. Der Saargau ist ein Waldgebiet auf einem ehemaligen Kohleabbaugebiet. Der Saargau ist ein wichtiger Lebensraum für seltene Tier- und Pflanzenarten, sowie ein Erholungsgebiet für die Bevölkerung. Der Schwarzwälder Hochwald im Nordosten des Saarlands, der zum Naturpark Saar-Hunsrück gehört. Der Schwarzwälder Hochwald ist ein Mittelgebirge mit einer Höhe von bis zu 695 Metern über dem Meeresspiegel. Der Schwarzwälder Hochwald ist ein beliebtes Wander- und Wintersportgebiet mit vielen Aussichtspunkten und Naturschönheiten. Das St. Ingbert-Kirkeler-Waldgebiet im Südosten des Saarlands, das zum Biosphärenreservat Bliesgau gehört. Das St. Ingbert-Kirkeler-Waldgebiet ist ein Waldgebiet mit einer Fläche von etwa 100 Quadratkilometern. Das St. Ingbert-Kirkeler-Waldgebiet ist ein wichtiges Naherholungsgebiet für die Städte St. Ingbert und Kirkel, sowie ein Refugium für seltene Tier- und Pflanzenarten. Die St. Ingberter Senke im Südosten des Saarlands, die zum Biosphärenreservat Bliesgau gehört. Die St. Ingberter Senke ist eine Senke zwischen dem Bliesgau und dem Saarkohlenwald. Die St. Ingberter Senke ist eine dicht besiedelte und industrialisierte Region mit der Stadt St. Ingbert als Zentrum. Das Saarland ist eine vielfältige und attraktive Region, die sowohl kulturell als auch landschaftlich viel zu bieten hat. Das Saarland ist Teil der europäischen Großregion Saarlor-Lux, die eine enge Zusammenarbeit und einen regen Austausch zwischen den Nachbarländern fördert. Traditionen in Saarland Das Saarland ist ein Bundesland im Südwesten Deutschlands, das eine lange und wechselvolle Geschichte hat. Das Saarland ist geprägt von seiner Lage an der Grenze zu Frankreich und von seiner Rolle als Industrieland, das auf den Abbau von Kohle und Erz basiert. Diese Faktoren haben auch die Traditionen und Bräuche des Saarlandes beeinflusst, die vielfältig und lebendig sind. Einige der bekanntesten Traditionen im Saarland sind die Fastnachtsbräuche, die vor allem im Februar und März gefeiert werden. Die Fastnacht ist eine Zeit der Ausgelassenheit und des Humors, in der sich die Menschen verkleiden, Umzüge veranstalten und Büttenreden halten. Die Fastnacht hat auch einen politischen Aspekt, denn sie dient als Ventil für Kritik und Spott an den Herrschenden. Die Fastnachtsvereine sind wichtige Träger der saarländischen Kultur und pflegen das Brauchtum von Generation zu Generation. Ein weiteres wichtiges Fest im Saarland ist das Erntedankfest, das im Herbst stattfindet. Das Erntedankfest ist ein Ausdruck des Dankes für die Früchte der Natur und der Arbeit der Bauern. Das Erntedankfest wird oft mit einem Gottesdienst, einem Umzug und einem Markt verbunden, auf dem regionale Produkte angeboten werden. Das Erntedankfest ist auch eine Gelegenheit, die ländliche Kultur des Saarlandes zu würdigen und zu erhalten. Das Saarland hat auch eine enge Verbindung zu Frankreich, die sich in vielen Traditionen widerspiegelt. Eine davon ist die Fete de Saint-Jean, die jedes Jahr am 24. Juni in Sierk-les-Bains gefeiert wird. Die Fete de Saint-Jean ist ein Feuerfest zu Ehren des heiligen Johannes des Täufers, das die Sommersonnenwende markiert. Die Fete de Saint-Jean ist ein Symbol der Freundschaft zwischen dem Saarland und Frankreich, denn sie wird gemeinsam von beiden Seiten der Grenze organisiert und besucht. Das Saarland hat noch viele andere Traditionen zu bieten, die seine kulturelle Vielfalt und seinen Reichtum zeigen. Das Saarland ist stolz auf seine Traditionen und Bräuche, die seine Identität und seinen Zusammenhalt stärken. Ausflüge in Saarland Das Saarland ist ein kleines Bundesland im Südwesten Deutschlands, das viel zu bieten hat. Ob Natur, Kultur oder Geschichte, hier gibt es für jeden Geschmack etwas zu entdecken. In diesem Artikel stellen wir Ihnen einige Ausflugsmöglichkeiten vor, die Sie im Saarland erleben können. Die Saarschleife Dies ist eines der bekanntesten Naturwunder im Saarland und ein beliebtes Fotomotiv. Die Saar macht hier eine große Schleife und bildet eine malerische Landschaft. Sie können die Saarschleife von verschiedenen Aussichtspunkten aus bewundern oder eine Wanderung oder Radtour entlang des Flusses machen. Das Weltkulturerbe Völklinger Hütte, dies ist ein ehemaliges Eisenwerk, das heute ein Industriemuseum und ein Kulturzentrum ist. Sie können hier die Geschichte der Eisen- und Stahlproduktion im Saarland kennenlernen und verschiedene Ausstellungen, Konzerte und Veranstaltungen besuchen. Die Saarbrücker Altstadt, dies ist das historische Zentrum der Landeshauptstadt und ein Ort voller Charme und Flair. Sie können hier die verschiedenen Architekturstile bewundern, die Kirchen, Schlösser und Museen besichtigen oder einfach durch die Gassen schlendern und in einem der vielen Cafés oder Restaurants eine Pause machen. Der Bostalsee, dies ist der größte Freizeitsee im Saarland und ein Paradies für Wassersportler und Erholungssuchende. Sie können hier segeln, surfen, schwimmen, angeln oder einfach am Strand entspannen. Der See ist auch umgeben von einem schönen Naturpark, in dem Sie wandern oder Rad fahren können. Das Saarlandmuseum, dies ist das größte Kunstmuseum im Saarland und besteht aus drei Standorten, dem Moderne Galerie, dem Museum für Vor- und Frühgeschichte und dem Museum in der Schlosskirche. Sie können hier eine vielfältige Sammlung von Kunstwerken aus verschiedenen Epochen und Stilrichtungen bewundern, von der Antike bis zur Gegenwart. Das sind nur einige Beispiele für die vielen Ausflüge, die Sie im Saarland machen können. Egal ob Sie allein mit Freunden oder mit der Familie unterwegs sind, hier finden Sie sicher etwas, das Ihnen gefällt. Das Saarland ist ein Bundesland mit viel Charme und Charakter, das es zu entdecken lohnt. Wanderungen in Saarland Das Saarland ist ein kleines Bundesland im Südwesten Deutschlands, das für seine landschaftliche Vielfalt und seinen kulturellen Reichtum bekannt ist. Das Saarland bietet zahlreiche Möglichkeiten für Wanderer, die die Natur genießen und die Geschichte und Traditionen der Region entdecken wollen. In diesem Artikel stellen wir einige der schönsten Wanderwege im Saarland vor, die für verschiedene Schwierigkeitsgrade und Interessen geeignet sind. Der Saarhundsrücksteig ist ein 410 Kilometer langer Fernwanderweg, der das Saarland mit dem Hunsrück und dem Rheinland-Pfalz verbindet. Der Weg führt durch malerische Wälder, Wiesen, Felsen und Bäche und bietet spektakuläre Ausblicke auf das Saartal, die Mosel und den Rhein. Der Saarhundsrücksteig ist in 27 Etappen unterteilt, die jeweils zwischen 10 und 20 Kilometer lang sind. Zu den Highlights des Weges gehören die Saarschleife, eine beeindruckende Flussschlinge der Saar, die Burg Montclair, eine mittelalterliche Festung aus dem 12. Jahrhundert und der Erbeskopf, der höchste Berg des Hunsrücks. Der Jakobsweg im Saarland ist ein Teil des europäischen Pilgerweges nach Santiago de Compostela in Spanien. Der Weg folgt den Spuren des heiligen Jakobus, dem Schutzpatron der Pilger, und führt durch historische Städte, Kirchen und Klöster. Der Jakobsweg im Saarland ist etwa 120 Kilometer lang und verläuft von Pearl an der französischen Grenze bis nach Hornbach an der pfälzischen Grenze. Der Weg ist in sechs Etappen unterteilt, die jeweils zwischen 15 und 25 Kilometer lang sind. Zu den Sehenswürdigkeiten des Weges gehören die Basilika St. Willibroort in Echternach, die älteste Abtei nördlich der Alpen, die Villa Borg, eine rekonstruierte römische Villa aus dem 2. Jahrhundert und das Kloster Hornbach, eine ehemalige Benediktinerabtei aus dem 8. Jahrhundert Der Premium-Wanderweg Littermont-Sagenweg ist ein 14 Kilometer langer Rundweg, der die Sagen und Legenden des Littermonts erzählt. Der Littermont ist ein 414 Meter hoher Berg im Nordsaarland, der als mystischer Ort gilt. Der Weg führt durch dichte Wälder, offene Felder und felsige Pfade und bietet spannende Erlebnisse für Groß und Klein. Der Weg ist in vier Abschnitte unterteilt, die jeweils einer Sage gewidmet sind. Zu den Stationen des Weges gehören der Gipfelkreuz des Littermonts, das an die Schlacht zwischen den Franken und den Sachsen im Jahr 772 erinnert, der Galgenberg, wo einst Hexen verbrannt wurden, der Droidenstein, ein prähistorischer Männhirn mit geheimnisvollen Zeichen und der Nalbacher Brunnen, wo eine schöne Nixe lebt. Das Saarland ist ein ideales Ziel für Wanderfreunde, die Abwechslung und Kultur suchen. Die Wanderwege im Saarland bieten für jeden Geschmack etwas, von anspruchsvollen Fernwanderwegen über spirituelle Pilgerwege bis hin zu familienfreundlichen Sagenwegen. Das Saarland lädt ein zu einer Entdeckungsreise durch seine Natur und Geschichte. Radtouren in Saarland Das Saarland ist ein ideales Ziel für Radfahrer, die die Natur und die Kultur dieser Region Deutschlands entdecken wollen. Das Bundesland bietet eine Vielzahl von Radwegen, die für jeden Geschmack und jede Kondition geeignet sind. Ob entlang der Flüsse Saar und Mosel, durch die Wälder des Saarkohlenwaldes oder über die Höhen des Hunsrücks, das Saarland hat für jeden Radler etwas zu bieten. Einer der bekanntesten Radwege im Saarland ist der Saarradweg, der von Sarregümines in Frankreich bis nach Konz an der Mosel führt. Auf rund 112 Kilometern können Sie die landschaftliche Schönheit des Saartals genießen, vorbei an malerischen Orten wie Saarbrücken, Saarlouis oder Mettlach. Ein Highlight ist die berühmte Saarschleife, die Sie von einem Aussichtspunkt aus bewundern oder mit dem Rad umfahren können. Wer mehr Abwechslung sucht, kann sich auf den Saarlandradweg begeben, der auf 365 Kilometern einmal um das gesamte Bundesland führt. Der Rundkurs verbindet die sieben großen Radwege im Saarland und bietet Ihnen einen Einblick in die verschiedenen Landschaften und Sehenswürdigkeiten des Landes. Sie radeln durch das Biosphärenreservat Bliesgau, das Nahetal, den Nationalpark Hunsrück-Hochwald oder das Dreiländereck Deutschland-Frankreich-Luxemburg. Für Familien- und Genussradler eignen sich besonders die flachen und gut ausgebauten Bahntrassenradwege im Saarland, wie der Glan-Blies-Radweg, der Bostal-Seeradweg oder der Köllertal-Radweg. Diese Wege folgen ehemaligen Bahnstrecken und bieten Ihnen ein entspanntes Fahrvergnügen ohne nennenswerte Steigungen. Unterwegs können Sie zahlreiche Attraktionen entdecken, wie Burgen, Schlösser, Museen oder Freizeitparks. Das Saarland ist also ein Paradies für Radfahrer, die auf gut beschilderten und abwechslungsreichen Wegen die Region erkunden wollen. Egal ob sie sportlich oder gemütlich unterwegs sind, sie werden von der Gastfreundschaft und dem kulinarischen Angebot der Saarländer begeistert sein. Unterkunft in Saarland Saarland ist ein Bundesland im Südwesten Deutschlands, das für seine reiche Kultur, seine schöne Landschaft und seine vielfältigen Unterkunftsmöglichkeiten bekannt ist. Ob Sie einen romantischen Kurzurlaub, einen aktiven Familienausflug oder eine Geschäftsreise planen, Sie finden in Saarland die passende Unterkunft für Ihren Geschmack und Ihr Budget. Sie können zwischen verschiedenen Unterkunftsarten wählen, wie zum Beispiel Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen, Campingplätzen oder Jugendherbergen. Jede Unterkunftsart hat ihre eigenen Vor- und Nachteile, je nachdem, was Sie suchen. Hier sind einige Tipps, wie Sie die beste Unterkunft in Saarland finden können. Hotels Hotels sind die beliebteste und komfortabelste Unterkunftsart in Saarland. Sie bieten Ihnen ein hohes Maß an Service, Ausstattung und Sicherheit. Sie können aus einer Vielzahl von Hotels wählen, von luxuriösen 5-Sterne-Hotels bis hin zu günstigen 2-Sterne-Hotels. Hotels sind ideal für Reisende, die Wert auf Bequemlichkeit, Privatsphäre und Qualität legen. Allerdings sind Hotels auch die teuerste Unterkunftsart in Saarland und können je nach Saison und Lage stark variieren. Pensionen Pensionen sind eine gute Alternative zu Hotels, wenn Sie eine gemütliche und familiäre Atmosphäre suchen. Pensionen sind meist kleine und privat geführte Häuser, die Ihnen ein Frühstück und manchmal auch andere Mahlzeiten anbieten. Sie können aus verschiedenen Zimmertypen wählen, von Einzel- bis Familienzimmern. Pensionen sind ideal für Reisende, die eine persönliche Betreuung, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine authentische Erfahrung suchen. Allerdings sind Pensionen auch weniger modern und standardisiert als Hotels und können je nach Verfügbarkeit schwer zu finden sein. Ferienwohnungen Ferienwohnungen sind eine weitere Option für Reisende, die mehr Unabhängigkeit und Flexibilität suchen. Ferienwohnungen sind meist möblierte Wohnungen oder Häuser, die Sie für einen bestimmten Zeitraum mieten können. Sie bieten Ihnen mehr Platz, Privatsphäre und Ausstattung als Hotels oder Pensionen. Sie können aus verschiedenen Größen und Lagen wählen, von zentralen Stadtwohnungen bis hin zu ländlichen Bauernhöfen. Ferienwohnungen sind ideal für Reisende, die sich wie zu Hause fühlen wollen, ihre eigene Verpflegung organisieren wollen oder mit einer größeren Gruppe reisen. Allerdings sind Ferienwohnungen auch weniger serviceorientiert und qualitätskontrolliert als Hotels oder Pensionen und können je nach Nachfrage teuer sein. Campingplätze Campingplätze sind die günstigste und naturnahste Unterkunftsart in Saarland. Sie bieten Ihnen die Möglichkeit, in einem Zelt, einem Wohnwagen oder einem Wohnmobil zu übernachten. Sie können aus verschiedenen Campingplätzen wählen, von einfachen Wiesen bis hin zu komfortablen Anlagen mit Strom-, Wasser- und Sanitärversorgung. Campingplätze sind ideal für Reisende, die Abenteuerlust, Freiheit und Kontakt mit der Natur suchen. Allerdings sind Campingplätze auch die einfachste und ungeschützteste Unterkunftsart in Saarland und können je nach Wetterlage unangenehm sein. Jugendherbergen Jugendherbergen sind eine weitere günstige und soziale Unterkunftsart in Saarland. Sie bieten Ihnen die Möglichkeit, in einem Schlafsaal oder einem privaten Zimmer zu übernachten. Sie können aus verschiedenen Jugendherbergen wählen, von modernen Stadthäusern bis hin zu historischen Burgen. Jugendherbergen sind ideal für Reisende, die Spaß haben wollen, neue Leute kennenlernen wollen oder alleine reisen. Allerdings sind Jugendherbergen auch die lauteste und unruhigste Unterkunftsart in Saarland und können je nach Auslastung überfüllt sein. Wie Sie sehen können, gibt es in Saarland eine Unterkunft für jeden Geschmack und jedes Budget. Sie müssen nur entscheiden, was Ihnen am wichtigsten ist und was Sie von Ihrem Aufenthalt erwarten. Egal für welche Unterkunftsart Sie sich entscheiden, Sie werden in Saarland eine unvergessliche Zeit haben. Öffentliche Verkehrsmittel in Saarland Der öffentliche Personennahverkehr, ÖPNV, ist ein wichtiger Faktor für die Mobilität und die Lebensqualität der Menschen im Saarland. Das Land hat sich zum Ziel gesetzt, den ÖPNV einfacher, günstiger und besser zu machen. Dazu gehören unter anderem die Reform des Tarifsystems, die Modernisierung der Bahnhöfe und Haltepunkte, der Ausbau des grenzüberschreitenden Verkehrs und die Förderung der Mobilität der Zukunft. Der ÖPNV im Saarland besteht aus dem Schienenpersonennahverkehr, SPNV und dem Busverkehr. Der SPNV wird vom Ministerium für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar- und Verbraucherschutz als zuständiger Aufgabenträger organisiert und finanziert. Der Busverkehr wird von den Landkreisen und dem Regionalverband Saarbrücken als örtlicher Aufgabenträger verantwortet. Beide Verkehrsträger sind im Saarländischen Verkehrsverbund, SaarVV, zusammengeschlossen, der einen einheitlichen Tarif und einen abgestimmten Fahrplan anbietet. Der ÖPNV im Saarland steht vor verschiedenen Herausforderungen, wie zum Beispiel dem demografischen Wandel, dem Klimaschutz, der Digitalisierung und der grenzüberschreitenden Mobilität. Um diesem gerecht zu werden, hat das Land verschiedene Maßnahmen ergriffen oder geplant, wie zum Beispiel die Tarifreform, die eine Vereinfachung und Vergünstigung des Tarifsystems vorsieht. Ab 2023 soll es nur noch drei Tarifzonen geben, eine für das gesamte Saarland, eine für den Regionalverband Saarbrücken und eine für den grenzüberschreitenden Verkehr nach Frankreich und Luxemburg. Zudem sollen die Preise für Einzelfahrten, Tageskarten und Abonnements gesenkt werden. Das Bahnhofsentwicklungsprogramm, das die Modernisierung und den Ausbau von Bahnhöfen und Haltepunkten für den SPNV umfasst. Dabei sollen unter anderem die Barrierefreiheit, die Fahrgastinformation, die Sicherheit und die Aufenthaltsqualität verbessert werden. Der Ausbau des grenzüberschreitenden Verkehrs, der die Anbindung des Saarlandes an die Nachbarländer Frankreich und Luxemburg stärken soll. Dazu gehören unter anderem die Reaktivierung der Bahnstrecke Homburg, Saarbrücken-Sarregymines, Saarbrücken-Nancy, die Elektrifizierung der Bahnstrecke Saarbrücken-Merzig-Luxemburg und die Verbesserung des Busangebots in der Großregion. Die Förderung der Mobilität der Zukunft, die innovative Konzepte und Technologien für den ÖPNV unterstützen soll. Dazu gehören unter anderem die Erprobung von autonom fahrenden Bussen, die Einführung von On-Demand-Verkehren, die Vernetzung von Mobilitätsangeboten und die Digitalisierung von Fahrgastinformationen und Ticketing. Der ÖPNV im Saarland ist somit ein wichtiger Baustein für eine nachhaltige, moderne und attraktive Mobilität im Land. Mit den geplanten Maßnahmen soll er weiter verbessert und an die Bedürfnisse der Fahrgäste angepasst werden. Klima in Saarland Das Saarland ist ein Land im Südwesten Deutschlands, das an Frankreich und Luxemburg grenzt. Das Klima ist gemäßigt ozeanisch, das heißt, es gibt das ganze Jahr über Niederschläge und milde Temperaturen. Die jährliche Niederschlagsmenge liegt im Durchschnitt bei 800 Millimetern, wobei der meiste Regen im Winter fällt. Die durchschnittliche Jahrestemperatur beträgt 14 Grad Celsius, wobei die wärmsten Monate Juli und August sind. Das Saarland gehört zu den wärmsten Regionen Deutschlands und profitiert von der Nähe zum Atlantik und zum Rheingraben. Das Klima im Saarland wird auch von der Topografie beeinflusst. Das Land ist größtenteils hügelig und bewaldet, mit dem Hunsrück im Norden und den Vogesen im Süden. Die höchste Erhebung ist der Dollberg, mit 695 Metern über dem Meeresspiegel. Die Flüsse Saar und Blies durchqueren das Land und münden in die Mosel. Die Landschaft bietet viele Möglichkeiten für Wanderer, Radfahrer und Naturliebhaber. Das Saarland hat eine wechselvolle Geschichte, die sich auch im Klima widerspiegelt. Von 1920 bis 1935 war es ein Völkerbundsmandat unter französischer Verwaltung, von 1947 bis 1956 ein autonomer Saarstaat mit wirtschaftlicher Anbindung an Frankreich und seit 1957 ein Bundesland der Bundesrepublik Deutschland. Das Saarland hat daher eine besondere kulturelle Vielfalt und eine starke grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit seinen Nachbarn. Das Klima im Saarland ist also nicht nur ein meteorologisches Phänomen, sondern auch ein Ausdruck seiner geografischen Lage und seiner historischen Entwicklung. Die Gesundheitsversorgung im Saarland ist ein wichtiges Thema für die Bevölkerung und die Politik. Das Saarland verfügt über 23 Krankenhäuser mit insgesamt 7500 Betten, die jährlich rund 300.000 Patienten stationär behandeln. Die Krankenhäuser bieten eine breite Palette von Fachrichtungen und Schwerpunkten an, von der Allgemeinmedizin über die Chirurgie bis zur Psychiatrie. Die Qualität der medizinischen Leistungen wird durch die Ärztekammer Saarland überwacht, die auch für die Fortbildung und Beratung der rund 5000 Ärzte im Saarland zuständig ist. Die Herausforderungen für das Gesundheitswesen im Saarland sind vielfältig. Zum einen muss die Versorgung der älter werdenden und chronisch kranken Bevölkerung sichergestellt werden, zum anderen muss die Wirtschaftlichkeit und Effizienz der Krankenhäuser verbessert werden. Dazu gehören auch Investitionen in die Infrastruktur und die Digitalisierung der Gesundheitsdienste. Die Landesregierung hat dazu einen Krankenhausplan erarbeitet, der die Bedarfe und Ziele für die kommenden Jahre festlegt. Ein weiterer Aspekt ist die Förderung der Gesundheitsprävention und Förderung, um Krankheiten vorzubeugen oder frühzeitig zu erkennen. Die Ärztekammer Saarland bietet dazu verschiedene Angebote an, wie zum Beispiel ambulante medizinische Beratung, Hilfe gegen Gewalt oder vertrauliche Spurensicherung. Das Gesundheitswesen im Saarland ist also ein komplexes und dynamisches Feld, das ständig weiterentwickelt werden muss, um den Bedürfnissen und Erwartungen der Patienten und der Gesellschaft gerecht zu werden. Die Krankenhäuser und Ärzte im Saarland leisten dabei einen wichtigen Beitrag zur Gesundheit und zum Wohlbefinden der Menschen im Land. Sicherheit in Saarland Sicherheit ist ein wichtiges Thema für die Menschen im Saarland. Das Bundesland hat in den letzten Jahren verschiedene Maßnahmen ergriffen, um die Kriminalität zu bekämpfen und das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu stärken. In diesem Artikel werden einige dieser Maßnahmen vorgestellt und ihre Wirkung analysiert. Eine der wichtigsten Maßnahmen ist die Aufstockung der Polizei. Das Saarland hat seit 2017 mehr als 500 neue Polizistinnen und Polizisten eingestellt, um die Präsenz und die Reaktionsfähigkeit der Sicherheitskräfte zu erhöhen. Die Polizei verfügt auch über moderne Ausrüstung wie Bodycams, Drohnen und digitale Funkgeräte. Diese sollen die Arbeit der Polizei erleichtern und die Beweissicherung verbessern. Eine weitere Maßnahme ist die Förderung der Prävention und der Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft. Das Saarland hat verschiedene Projekte unterstützt, die sich an gefährdete Gruppen richten, wie Jugendliche, Migrantinnen und Migranten oder Opfer von Gewalt. Diese Projekte sollen die Integration fördern, Konflikte vermeiden und das Vertrauen in die Sicherheitsbehörden stärken. Außerdem hat das Saarland eine Sicherheitspartnerschaft mit den Kommunen, den Kirchen, den Gewerkschaften und den Wirtschaftsverbänden geschlossen. Diese soll den Austausch und die Koordination zwischen den verschiedenen Akteuren verbessern. Die Maßnahmen des Saarlandes zeigen erste Erfolge. Die Kriminalitätsstatistik für das Jahr 2020 weist einen Rückgang der Straftaten um 4,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr aus. Die Aufklärungsquote liegt bei 64,4 Prozent, was über dem Bundesdurchschnitt von 58,4 Prozent liegt. Die Bürgerinnen und Bürger im Saarland fühlen sich laut einer Umfrage des Innenministeriums sicherer als noch vor einigen Jahren. Das Saarland ist also auf einem guten Weg, um die Sicherheit im Land zu erhöhen. Die Landesregierung betont jedoch, dass es keinen Grund zur Selbstzufriedenheit gibt. Sie will weiterhin in die Sicherheit investieren und neue Herausforderungen angehen, wie zum Beispiel die Bekämpfung des Cybercrime oder des Terrorismus. Wichtigste Feste in Saarland Das Saarland ist ein Bundesland mit einer reichen Kultur und Tradition, die sich in vielen Festen und Bräuchen widerspiegelt. Das ganze Jahr über finden im Saarland zahlreiche Veranstaltungen statt, die Einheimische und Gäste gleichermaßen begeistern. Ob Stadtfeste, Kirmessen, Streetfood-Festivals oder historische Feiern, im Saarland ist für jeden Geschmack etwas dabei. Einige der wichtigsten Feste im Saarland sind Das Kultstadtfest in Saarbrücken Dieses Fest ist eines der größten und beliebtesten im Saarland und lockt jedes Jahr im Juli rund 200.000 Besucher an. Auf mehreren Bühnen gibt es Live-Musik, Comedy, Theater und Tanz, während an zahlreichen Ständen kulinarische Spezialitäten aus aller Welt angeboten werden. Das Bauernfest in Blieskastel-Webenheim Dieses Fest ist das älteste Volksfest im Saarland und findet alle zwei Jahre im Juli statt. Es erinnert an die Zeit, als die Bauern aus dem Blieskau ihre Ernte nach Webenheim brachten und dort feierten. Heute gibt es einen großen Bauernmarkt, einen historischen Festzug, ein Oldtimer-Treffen und ein buntes Unterhaltungsprogramm. Das Burg- und Weiherfest in Illingen Dieses Fest ist ein Highlight im Sommer und findet jedes Jahr im Juli statt. Es verbindet die historische Kulisse der Illinger Burg mit dem idyllischen Weihergelände, wo es ein großes Feuerwerk, eine Wasserskischow, Live-Musik und viele Attraktionen für Kinder gibt. Das Altstadtfest in Merzig Dieses Fest ist ein Klassiker im Saarland und findet jedes Jahr im Juli statt. Es bietet ein vielfältiges Programm mit Musik, Kunst, Handwerk und Gastronomie in der malerischen Altstadt von Merzig. Ein besonderer Höhepunkt ist die Wahl der Merziger Weinkönigin. Das Draußen am See-Festival in Losheim Dieses Festival ist ein Muss für alle Musikfans und findet jedes Jahr im Juni statt. Es bietet ein hochkarätiges Line-up mit nationalen und internationalen Stars auf einer Bühne direkt am Losheimer Stausee. Neben der Musik gibt es auch ein Campingdorf, einen Biergarten, einen Kunstmarkt und viele weitere Angebote. Feiertage in Saarland Das Saarland ist ein Bundesland im Südwesten Deutschlands, das an Frankreich und Luxemburg grenzt. Das Saarland hat eine besondere kulturelle und historische Verbindung zu Frankreich, die sich auch in einigen seiner Feiertage widerspiegelt. Im Jahr 2023 hat das Saarland zwölf gesetzliche Feiertage, die für alle Arbeitnehmer und Schüler arbeitsfrei sind. Einige dieser Feiertage sind bundesweit einheitlich, andere sind nur im Saarland oder in einigen anderen Bundesländern gültig. Die gesetzlichen Feiertage im Saarland 2023 sind Neujahrsonntag 1 Januar Dieser Tag markiert den Beginn des neuen Kalenderjahres und wird mit Feuerwerk, Glückwünschen und Neujahrsbräuchen gefeiert. Karfreitag, Freitag 7 April Dieser Tag ist der Todestag Jesu Christi und gilt als Tag der Trauer und Buße für die Christen. An diesem Tag finden keine öffentlichen Veranstaltungen statt und viele Geschäfte sind geschlossen. Ostermontag, Montag 10 April Dieser Tag ist der zweite Tag des Osterfestes, das die Auferstehung Jesu Christi feiert. An diesem Tag werden oft Ostereier gesucht oder geschenkt und Osterbräuche gepflegt. Tag der Arbeit Montag 1 Mai Dieser Tag ist ein internationaler Feiertag, der an die Errungenschaften und Rechte der Arbeiterbewegung erinnert. An diesem Tag finden oft Demonstrationen, Kundgebungen oder Feste statt. Christi Himmelfahrt, Donnerstag 18 Mai Dieser Tag ist 40 Tage nach Ostern und erinnert an die Auffahrt Jesu Christi in den Himmel. An diesem Tag werden oft Gottesdienste im Freien oder Prozessionen abgehalten. Pfingstmontag, Montag 29 Mai Dieser Tag ist der zweite Tag des Pfingstfestes, das 50 Tage nach Ostern liegt und an die Ausgießung des Heiligen Geistes auf die Apostel erinnert. An diesem Tag werden oft Pfingstbräuche wie Pfingstochsen oder Pfingstfeuer praktiziert. Fronleichnam Donnerstag 8 Juni Dieser Tag ist 60 Tage nach Ostern und feiert die leibliche Gegenwart Jesu Christi im Sakrament der Eucharistie. An diesem Tag werden oft feierliche Gottesdienste und Prozessionen mit dem Allerheiligsten durchgeführt. Maria Himmelfahrt, Dienstag 15 August Dieser Tag ist ein katholischer Feiertag, der an die Aufnahme Marias, der Mutter Jesu Christi, in den Himmel glaubt. An diesem Tag werden oft Kräuter gesegnet oder Kräutersträuße gebunden. Tag der Deutschen Einheit, Dienstag 3 Oktober Dieser Tag ist der Nationalfeiertag Deutschlands und erinnert an die Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten im Jahr 1990 nach dem Ende des Kalten Krieges. An diesem Tag finden oft offizielle Feierlichkeiten, Bürgerfeste oder Konzerte statt. Allerheiligen Mittwoch 1 November Dieser Tag ist ein katholischer Feiertag, der allen Heiligen und Märtyrern der Kirche gedenkt. An diesem Tag werden oft Gottesdienste besucht oder Gräber geschmückt. Weihnachten Montag 25 Dezember Dieser Tag ist der erste Tag des Weihnachtsfestes, das die Geburt Jesu Christi feiert. An diesem Tag werden oft Geschenke ausgetauscht, Weihnachtslieder gesungen oder Weihnachtsgottesdienste besucht. 2 Weihnachtstag, Dienstag 26 Dezember Dieser Tag ist der zweite Tag des Weihnachtsfestes und wird auch als Stefanstag oder als Tag der unschuldigen Kinder bezeichnet. An diesem Tag werden oft Familienbesuche gemacht oder Weihnachtsbräuche fortgesetzt. Die Feiertage im Saarland sind ein wichtiger Teil der Kultur und Tradition des Bundeslandes. Sie bieten Gelegenheiten zum Feiern, Besinnen oder Erholen und stärken das Gemeinschaftsgefühl der Menschen. Einkaufen in Saarland Das Saarland ist ein attraktives Einkaufsziel für alle, die Vielfalt und Qualität schätzen. Ob in der Landeshauptstadt Saarbrücken oder in den charmanten Kleinstädten wie Neunkirchen oder Schmelz, hier findet man eine große Auswahl an Geschäften, Märkten und Gastronomie. In diesem Artikel stellen wir Ihnen einige Highlights vor, die Sie bei Ihrem nächsten Einkaufsbummel im Saarland nicht verpassen sollten. Saarpark Center Neunkirchen, das größte Shoppingcenter im Saarland Wenn Sie auf der Suche nach einem Einkaufserlebnis der besonderen Art sind, dann ist das Saarpark Center Neunkirchen genau das Richtige für Sie. Mit über 130 Fachgeschäften auf ca. 33.500 QM-Verkaufsfläche ist es das größte Shoppingcenter im Saarland und weit darüber hinaus. Hier finden Sie alles, was das Herz begehrt, von Mode über Schmuck bis hin zu Elektronik und Lebensmitteln. Das Saarpark Center bietet zudem eine Vielzahl an Serviceleistungen wie kostenloses WLAN, Parkplätze, Kinderbetreuung und vieles mehr. Außerdem können Sie sich in den zahlreichen Cafés und Restaurants kulinarisch verwöhnen lassen oder an spannenden Events wie dem verkaufsoffenen Sonntag oder der langen Einkaufsnacht teilnehmen. Kaufland Schmelz, ein Supermarkt mit allem, was man braucht. Für den täglichen Bedarf empfehlen wir Ihnen einen Besuch bei Kaufland Schmelz, einem Supermarkt mit einem umfangreichen Sortiment von bis zu 30.000 Artikeln. Hier können Sie frisches Obst und Gemüse, Wurst, Käse, Fisch und Fleisch an den Bedientheken kaufen oder sich von den frischen Backwaren aus dem eigenen Backshop verführen lassen. Kaufland bietet Ihnen auch günstige Alternativen zu bekannten Markenartikeln mit seinen Eigenmarken wie Car Classic, Car Bio, Car Take It Veggie oder BVOLA R. Für seine breite Auswahl wurde Kaufland 2021 erneut mit dem Händler des Jahres in der Kategorie Supermärkte ausgezeichnet. Einkaufen Saarbrücken, die Online-Plattform für die Saarbrücker Innenstadt Wenn Sie lieber online einkaufen möchten, dann sollten Sie einen Blick auf die Website Einkaufen Saarbrücken werfen. Hier finden Sie eine Übersicht über die Shopping-Erlebnisse in der Saarbrücker Innenstadt, die von der entspannten französischen Lebensart inspiriert ist. Sie können sich über die verschiedenen Shopping-Quartiere informieren, die eine große Auswahl an Geschäften für jeden Geschmack bieten oder sich über die aktuellen Angebote, Events und Märkte auf dem Laufenden halten. Außerdem können Sie die Saarbrücker Kohle bestellen, einen attraktiven Geschenkgutschein, der bei vielen lokalen Händlern eingelöst werden kann. Oder Sie stöbern in der Digital-Mahl des Saarpark-Centers, wo Sie zahlreiche verfügbare Produkte der Shops online finden und offline kaufen können. Wie Sie sehen, hat das Saarland viel zu bieten, wenn es um Einkaufen geht. Ob Sie lieber in einem großen Shopping-Center bummeln, einen gemütlichen Supermarkt besuchen oder online shoppen möchten, hier werden Sie fündig. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Einkaufen im Saarland. Essen in Saarland Das Saarland ist ein Bundesland im Südwesten Deutschlands, das für seine kulinarische Vielfalt bekannt ist. Die saarländische Küche ist geprägt von den Einflüssen der französischen, lothringischen und pfälzischen Nachbarn, aber auch von der Bergbau- und Industriegeschichte der Region. Typische Gerichte sind zum Beispiel Dibbelabbes, ein Kartoffelauflauf mit Speck und Zwiebeln, oder Gefilde, gefüllte Kartoffelklöße mit Leberwurst oder Hackfleisch. Auch die Lionerwurst, eine grobe Brühwurst aus Schweinefleisch, ist ein beliebter Bestandteil vieler saarländischer Spezialitäten, wie dem Schwenkbraten, dem Schales oder dem Fleischkäse. Neben deftigen Fleischgerichten gibt es im Saarland auch süße Köstlichkeiten, wie die Grießklößchensuppe, die Bostock-Torte oder die Schwenninger Kirschtorte. Die saarländische Küche ist also eine spannende Mischung aus Tradition und Innovation, die jeden Gaumen erfreut. Nachtleben in Saarland Das Saarland ist ein kleines Bundesland im Südwesten Deutschlands, das für seine Industriegeschichte, seine landschaftliche Schönheit und seine kulturelle Vielfalt bekannt ist. Aber was hat das Saarland in Sachen Nachtleben zu bieten? In diesem Artikel stellen wir Ihnen einige der besten Orte vor, um nach Einbruch der Dunkelheit Spaß zu haben, egal ob Sie auf der Suche nach Live-Musik, Tanz, Comedy oder etwas anderem sind. Eine der beliebtesten Adressen für Nachtschwärmer im Saarland ist das Garage in Saarbrücken, das größte Rock- und Popzentrum des Landes. Hier finden regelmäßig Konzerte von nationalen und internationalen Bands statt, die von Rock über Metal bis hin zu Indie und Hip-Hop reichen. Außerdem gibt es mehrere Clubs und Bars im Gebäude, die für jeden Geschmack etwas bieten. Ob Sie nun einen entspannten Abend mit Freunden verbringen oder bis in die frühen Morgenstunden tanzen wollen, im Garage ist für jeden etwas dabei. Wenn Sie eher Lust auf Comedy haben, dann sollten Sie sich das Kabarett im Spiegelzelt nicht entgehen lassen, das jedes Jahr von Mai bis September in Saarbrücken gastiert. Hier können Sie sich von renommierten Kabarettisten und Comedians wie Dieter Nuhr, Hagen Räther oder Caroline Kebikus unterhalten lassen, die mit ihrem scharfen Witz und ihrer gesellschaftskritischen Satire das Publikum zum Lachen bringen. Das Spiegelzelt ist ein historisches Zirkuszelt aus dem 19. Jahrhundert, das mit seinem nostalgischen Charme und seiner gemütlichen Atmosphäre eine perfekte Kulisse für einen humorvollen Abend bietet. Für diejenigen, die sich für Kunst und Kultur interessieren, ist das Staatstheater Saarbrücken eine gute Adresse. Das Theater bietet ein vielfältiges Programm aus Schauspiel, Oper, Ballett und Konzerten, das sowohl klassische als auch moderne Werke umfasst. Sie können sich zum Beispiel eine Aufführung von Mozarts Zauberflöte Shakespeare's Hamlet oder Brechts Dreigroschenoper ansehen oder sich von den Klängen der deutschen Radiophilharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern verzaubern lassen. Das Staatstheater Saarbrücken ist nicht nur ein Ort der Unterhaltung, sondern auch ein Ort der Begegnung und des Dialogs zwischen Künstlern und Publikum. Wie Sie sehen, hat das Saarland einiges zu bieten, wenn es um das Nachtleben geht. Egal ob Sie Musik, Comedy oder Theater mögen, Sie werden sicher etwas finden, das Ihnen gefällt. Und wenn Sie noch mehr entdecken wollen, dann können Sie sich auch auf die Suche nach den vielen kleinen Kneipen, Cafés und Restaurants machen, die das Saarland zu einem lebendigen und gastfreundlichen Land machen. Schlusswort Weitere Reiseführer und Bücher von Norbert Reinwand findest du bei Amazon. Besuche auch die HasenChat Audiobooks Webseite mit News und kostenlosen Inhalten. Zu finden unter https.doppelpunkt slash slash hasenchat.net Mit freundlichen Grüßen Norbert Reinwand Mit freundlichen Grüßen